Willkommen hier bei Profischnap.de in Epfingen auf der Futterfläche. Heute wieder ein neuer Relax-Sessel, den ich Ihnen zeige. Und zwar Himmola 7818. Ein manueller Relax-Sessel mit Fußteller und Armlehne im kirschfarbenen Holz. Leder Longlife 24 Black. Ein Sessel aus einer Neuvorstellung. Manuell heißt, Sie drücken sich ab, die Zunge kommt raus. Ganz einfach. Geht nicht schwer. Kriegt jeder hin. Und dann habe ich hier einen Hebel für den Rücken. Das obere Drittel des Rückens kann ich dann auch noch manuell nach vorne stellen, damit ich hier zur Kiste schaue. Zurück dasselbe. Einfach so machen. Zack. Strecken. Fertig. Der Sessel ist drehbar, hat eine sehr schöne Form. Und hat eben dieses Holz in Kirschbaumfarbig, das auch sehr schön harmoniert zu dem schwarzen Longlife-Leder. Der Sessel wurde intern neu vorgestellt. Die Farbe ist neu. Die Form der Armlehne ist neu. Kostet, wenn man Sie neu bestellen, 2519 Euro. Bei uns 1190. Dieses Stück einmal bei Abholung. Lieferung mit 2-Mann-Speditionen. 99 Euro. Also alles nicht teuer. 30 Tage Rückgaberecht. Wenn Sie nicht zufrieden sind, einfach stornieren. Wir lassen ihn auf unsere Kosten wieder abholen. Kein Risiko für Sie. Ich stehe mit meinem Namen dafür, dass Sie dieses Recht haben. Und dass Sie den Sessel nur behalten, wenn Sie zufrieden sind. Okay? Also 7818 Himola. Relax-Sesselleder schwarz. Ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen für Sie. Würde mich freuen. Dankeschön. Ihr Nutz Reinhardt. Und Tschüss.